Er hielt sich zu beeilen. Ich hörte gerade jemand zu sagen, dass Bottich Tunak Tunak in der Stadt war. Plus die Spindeln seien sie vermutlich an zu mir jetzt. Da ich super getötet habe, schüchtern sie ein. Ich wundere mich, wenn sie hier auf der Hauptstraße im Augenblick sind. Dort sind sie. Ich habe den Bottich Tunak Tunak gefunden. Jetzt seien sie eine gute Zeit vorbeizuziehen. Berichtigen sie durch diesen Parkplatz. Gut sie hingische Bastards. Die Zeit ist für sie zu allem Sterben gekommen. Look at this pimp-doubt kid. He looks like a big faggot with his fancy little gun, brown hat and striped gangster suit. Kid, what is your fucking problem? Why does a Nazi like you want us dead so badly? Weil sie alle die ärgerlichsten hindischen Sänger in der Weltgeschichte sein müssen. Ich habe Leute in dieser Stadt vorgetötet und ich töte wieder. Sie vier sind folgend. Wer ist ein serial killer, der sich über die Kartoon-Netzungs-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon? Zu schlecht waren sie nicht, im Stangefeuer gerade zusammenzurufen und sich zu retten. Die Spindeln kommen. Ich muss das Bumsen aus hier heraus erhalten, sofort. Das Bumsen-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon-Kartoon- Vielen Dank.